alles good so meine Freunde die ist wieder am Start herzlich willkommen zu einem kleinen klitzekleinen Infovideo nämlich ich möchte einfach mal eine zwei Sachen ansprechen erstens ich bin nicht mehr im Team Victory beziehungsweise der Clan hat sich geändert nämlich ein kleiner Pisser mit so einem 2 cm Mikropenis hat sich den account geschnappt ein bisschen rum gehackt, paar leute beleidigt, auf jeden fall musste der kanal geändert werden Crewmitglieder wurden rausgeschmissen, es wurde ein bisschen was verändert und das heißt jetzt Team Vernity ist meiner Meinung nach jetzt geiler als vorher bockt auf jeden Fall und bei der Advanced Warfare Zeit wird es auf jeden Fall richtig geil sein und als zweites möchte ich sagen, ich war ja eine Woche in Kassel und vielleicht ziehe ich den Sascha auch noch an Land, dass er vielleicht ein bisschen was über Mallorca erzählt aber ich würde auf jeden Fall ein bisschen was darüber erzählen, weil ich war ja eine Woche da und das war echt geil das waren echt paar geile lustige Geschichten dabei und wenn ihr wollt, dass ich da ein kleines Video drüber mache oder halt mehrere Videos, ein paar einzelne Parts, weil ich würde mich da länger hinsetzen und die Videos werden bestimmt 5-6 Minuten mindestens sein und ja, wenn ihr sowas haben wollt, dann lässt ihr im Video eine Bewertung da und ich würde mal sagen, bei 15 Likes kommt das erste Video schon nächste Woche Dienstag und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare ob ihr das nice fändet, was ich da so einbauen könnte ob ich da irgendwelche witzige Pimmelkacke reinschauen soll ich möchte einfach nur eure Meinung darüber wissen zum neuen Advanced Warfare ob ihr da auch so begeistert seid wie ich weil ich möchte das echt bombenmäßig suchten zusammen mit Patrick und mit dem Clan da habe ich richtig Bock diese Sache und die 15 Likes auf jeden Fall dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal haut rein und ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal